Nach dem Unfall eines Güterzuges in Vennebeck am 6. Januar laufen die Ermittlungen an der Unfallstelle. Mitarbeiter der Deutschen Bahn und der Bundespolizei koordinieren die Arbeiten vor Ort. Was ist hier gestern überhaupt passiert? Gestern gegen ca. 16 Uhr hat sich auf der Strecke Bielefeld Richtung Minden ein Bahnbetriebsunfall ereignet. Hierbei ist ein Güterzug mit 20 Waggons entgleist und kam dann nach ca. 800 Meter hier zum Stehen. Was wurde jetzt heute Nacht schon unternommen, um die Strecke wieder freizuräumen? Heute Nacht wurde seitens der Bahn unternommen, dass mit Hilfe von Spezialgeräten die drei entgleisten Waggons wieder aufgegleist worden sind. Das heißt, auf die Gleise gestellt worden sind. Nur der Unfallzug steht noch hier, wie Sie sehen. Wie lange wird das noch dauern und warum kann der jetzt nicht weggefahren werden? Also wie lange es noch dauert, dazu können wir derzeit noch keine Aussage treffen, weil die Ermittlungen laufen noch. Die wurden also ein bisschen erschwert, einmal durchs Wetter und durch die einbrechende Dunkelheit gestern Abend. Und die Züge selber, ob die schon bewegt werden können, das muss auch noch geprüft werden. Haben Sie schon Erkenntnisse, was die Ursache ist, warum die Waggons entgleist sind? Nein, zur Ursache können wir derzeit noch nichts sagen. Wie viele Strecken sind jetzt schon wieder freigegeben? Also von den vier Gleisen, die wir hier haben, sind die beiden äußeren freigegeben, sodass eingeschränkter Zugverkehr möglich ist. Von Bielefeld am hinten und zurück und die Züge halt auf Sicht fahren, aus Sicherheitsgründen. Wir haben das Gerücht gehört, dass sogar ein Stück Schiene fehlt. Können Sie das bestätigen? Ja, das ist richtig, aber das war halt nur eine Folge des Unfalles. Das ist beim Entgleisen des Zuges passiert. Um den Bahnverkehr vorerst zu gewährleisten, wurde am Tag nach dem Unfall provisorisch eine Ersatzschiene montiert. Diese muss jedoch in den nächsten Tagen ausgetauscht werden.